Mein Name ist Ralf Wiesemeyer. Ich stehe hier für Readbox Publishing. Wir kommen aus Dortmund. Wir sind technischer Verlagsdienstleister, Technologieanbieter für Digitalisierung, insbesondere E-Books, und holen die Verlage eigentlich relativ früh in der Wertschöpfungskette ab, kümmern uns um Herstellung, Vertrieb und Marketing von E-Books. Was können wir Besonderes? Wir sind, ich sage immer so ganz profan, wir sind eine eigene Softwarebude. Das ist wirklich das, was uns ausmacht. Wir haben eine Menge Software, wir produzieren auch hier, wir haben unser Produktionsteam hier. Wir kommen eigentlich immer dann ins Spiel, wenn es ein bisschen komplizierter wird und wenn es um Qualität geht. Und haben jetzt gerade etwas entwickelt, das den E-Pub-Standard zu einer Lösung macht, wenn man App-Entwicklungen zu teuer findet, es sich da nicht rechnet, also wirklich integrierte, interaktive Multimedia-E-Books zu machen auf einem E-Pub-Standard, die über valide E-Pubs in den E-Book-Store zu bringen. Das ist eigentlich eine relativ neue Entwicklung, für die wir jetzt hier auf der Messe stehen. Ja, und dann eben dafür zu sorgen, dass die Titel auch verkauft werden, dass sie verfügbar sind und dass sich daraus ein profitables Geschäft für die Verlage entwickelt. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Vielen Dank.